Herzlich willkommen auf der ersten virtuellen Messe von Bühler Motor. Ein Format, das neu für uns ist, aber neue Umstände erfordern neue Maßnahmen und neue Wege. Die globale Corona-Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt. Vieles verändert, auch den für uns eigentlich so wichtigen und gewünschten persönlichen Kontakt und Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Viele Messen wurden abgesagt, verschoben oder in den virtuellen Raum verlegt. So auch leider unsere Hausmesse, die Nürnberger SPS. All das sind Gründe, wieso sich Bühler Motor für eine eigene virtuelle Hausmesse entschieden hat. Es freut mich sehr, Sie heute bei uns willkommen zu heißen. Verschaffen Sie sich in unserem virtuellen Haus einen Überblick, wer Bühler Motor ist, in welchen Märkten wir vertreten sind und was wir als Systemlieferant für Antriebslösungen auch für Sie tun können. Bühler Motor ist ein deutsches Familienunternehmen, ein typischer Global Hidden Champion. Wir sind weltweit aktiv, haben insgesamt elf Standorte auf drei Kontinenten. Und das, was Bühler Motor seit Jahren auszeichnet, ist, dass wir uns immer wieder neu erfinden. Gemeinsam mit unseren Kunden, die teilweise schon seit über 50 Jahren mit uns zusammenarbeiten, die nächste Nische, die nächste Innovation finden und diese dann erfolgreich in Serie bringen. Das macht uns aus. Unsere Produkte finden sich in der Automobilindustrie, der Luftfahrt und in der Industriellen Antriebstechnik. Der Bereich, welcher der Fokus unserer ersten virtuellen Messe ist. Seit etwa zwei Jahren bekommen auch wir zu spüren, dass die stabilen Wachstumsjahre seit der Finanzkrise vorbei sind. Handelskrisen, politische und militärische Konflikte, die Dieselaffäre sowie die allgemeine automobile Transformation weg vom Diesel- und Otto-Motor hin zu elektrifizierten Fahrzeugen, verbunden mit einer weltweiten wirtschaftlichen Eintrübung. Es gab somit bereits ausreichend Herausforderungen. Die Corona-Pandemie ist seit diesem Jahr noch eine weitere Challenge. Nicht nur für uns. Seit geraumer Zeit ist es das beherrschende Thema in den Medien zu einem großen Anteil in der Wirtschaft und im privaten Leben. Nichtsdestotrotz konnten wir selbst in der aktuellen Krise wirtschaftliche Erfolge verzeichnen, indem wir bestehende und auch neue Kunden von uns und unseren Produkten überzeugt haben. Mehrfach hat sich so auch für uns die Möglichkeit eröffnet, neue Zukunftsmärkte zu erschließen. Dazu gehören unter anderem emissionsfreie Mobilitätskonzepte für die nachhaltige Fortbewegung in unseren Großstädten sowie die Medizintechnik. So konnten wir sogar der Corona-Krise etwas Positives abgewinnen. Es kam eine Zusammenarbeit mit einem Labortechnikhersteller zustande, welche im Kampf gegen die Pandemie unterstützende Lösungen hervorgebracht hat. Auch in der Automobilindustrie bieten wir stetig neue Produkte. Beispielsweise sorgt unsere neue 200 Watt Kühlmittelpumpe für ein effizientes Thermomanagement, sowohl bei Hochtemperaturanwendungen in Plug-in-Hybriden als auch für Niedertemperaturkreise für reine Elektrofahrzeuge. Wie Sie sehen, finden wir bei Bühler Motor trotz Krise weiterhin innovative Lösungen für unsere Kunden und ihre Marktanforderungen. Angesichts dieser positiven Entwicklungen bin ich zuversichtlich, dass wir die aktuellen Herausforderungen annehmen und meistern werden, die dieses New Normal von uns allen erfordert. Da voraussichtlich die nächsten Wochen das Motto Stay at Home erneut unseren Alltag bestimmen wird, möchte ich Sie als geschätzte Kunden, Partner und Interessenten nun zu Bühler Motor nach Hause einladen. Bleiben Sie zuversichtlich, das tun wir auch und bleiben Sie vor allem gesund.